Moin, hier ist Heini. Jetzt kommen wir weiter zum kleinen Adventure-Game. Und den hab ich gerade auf Steam für 1,99€ gekauft. Ich fand das ganz günstig, da hab ich gesagt, so ein kleinen Adventure-Game kann mal wieder nicht schaden. Ich weiß nicht, um was es geht. Keine Ahnung. Ich werd's einfach mal sehen. Auf Steam hab ich den für 1,99€ gekauft. Der ist etwas älter, ich glaub' zwei Jahre alt. Mittlerweile kostet der, glaub' ich, jetzt 7,99€ wieder. Und ich werd einfach mal 1, 2, 3, 4 Folgen machen. Wir werden's sehen und wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr gerne eben schreiben. Daumen hoch. Ich seh' das ja und dann kommt natürlich auch mehr davon, ne? Ähm, aber das soll anscheinend laut Steam die ganzen Bewertungen sehr gut sein da, ne? Haben wir mehrere Kapitel oder sowas, wie's aussieht? Und dann gehen wir mal einfach mal, fangen wir mit an dieses Kapitel spielen. Ja, wollen wir doch mal spielen, ne? Ähm, ja, ich werd ja ab und zu mal ein paar andere Spiele auch spielen, auch kostenlose Spiele vorstellen, damit es, als glaub' ich englisch, wenn ein Deutscher, ich kann kein Englisch, aber es ist nicht so schlimm. Ja, ja. Was ist das? Achso, ich kann schon... Achso, ich kann nicht so... Springen kann ich nicht... Ich hab' schon grad' geguckt... Oh. Aus Versehen. Was hast du da? Das ist der G. Haha, ich dossele. Ich hab' schon grad' geguckt... ...wo ich, ähm, 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 irgendwas machen kann, aber ich hab' keine Tasten... äh... Pfff, gar nicht. Ach da, ich, ich, Idiot, ey. Tastenbelegung ändern. Was haben wir denn nach rechts zu? Maus hab' ich... Verschiedenes Taste. Ja, was... Was ist denn Taste? Machen wir einfach mal... Verschiedenes... Ja, was für ne Taste? Da steht Taste. Ja, was ist denn Taste? B-A... Nein, 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 nein. Oh, siehst du, das wollte ich jetzt wieder nicht, ne? Standarteinstellungen zurücksetzen. So, Tastatur nochmal. Ich wollte... ...nach oben schwimmen. Oh, da geht auch hier. Äh, Verschiedenes. Ach so, das kann ich nicht erinnern, das ist die Überschrift. Alles klar, darum ist er weiß. Naja, schnell speichern, schnell laden, Bildschirmfoto F5. Ach so, ich kann sonst nichts Großes machen. Hä? Bin ich mal gespannt, was uns erwartet, oder? Also, ich hab' keine Map, kein... Kein... Nix, äh. Wir werden's einfach mal sehen. Oh, ich hab' ja ganz verkehrten meine Timer unterstellen, ne? Ich hab' ja mal einen Timer, dass ich ungefähr sehe, wie lange ich hier am Zocken bin. Nicht, dass ich hier am Reden bin und eine Stunde später bin ich immer noch am Reden und so, ne. So, dann gehen wir mal zurück. Dann gehen wir mal am Spiel fortsetzen. Und da ist ein Haus. Ich komm' aus dem Wasser anscheinend. Ich glaub', ich hab' einen Schiffbruch gehabt beim Schwimmen. Ich kann ja mal schwimmen. Ah! Scheiße, warte, 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 warte. Wie soll ich schwimmen? Äh, ganz normal weh, oder ne? Warte, 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 warte. Gott, ey, tuk, 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 tuk. Ich hab' jetzt weh und Schiff gedrückt und dann hochgeguckt. Normal. Das wollen wir jetzt üben. So, einfach weh. Einfach, ich kann einfach nochmal schwimmen, indem ich meine Maus hochhalte. Ach, mit Tab-Taste kann ich denn... Geh' ich nicht runter. So ein bisschen, ne. Schnell raus, wenn ich das in High kommt, ne. Wo bin ich eigentlich hier? Ich hab' keine Ahnung. Wie ist das auch keine Map oder so? Ist ja auch keine Tastatur jetzt, äh, sag schon, äh, Key-Belegung gewesen oder so, ne. Dass ich ändern könnte. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich machen muss. Da sind Türen, dann gehen wir da doch einfach mal rein. Hallo! Ey, bitte erschreckt mich nicht, ne. Oh. Da ist automatisch Licht angegangen. Hab' ich nicht gemacht. Das ging automatisch an. Ey, wenn du mich erschreckst, Kollege, dann kriegst du so ein Holzbein um. Komm. Hier zieht das gewaltig. Da hat mir also ein bisschen Angst, ne. Ja, aus dieser Wohnung kann man, aus dieser Haus vielmehr, kann man hier noch ein bisschen was rausmachen, ne. Ich, 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 die Tür kann ich nicht aufmachen. Ich bin ja so ein Schrecker, ne. Ey, ey, so ein, schon, so ein schreckhafter Junge. Boah, ich bin ich, ne. Ey, krieg hier rechte, hier mal Schock. Hier klappert doch was. Ich kann doch nicht irgendwie mit E aufmachen, gar nichts. Na ja, bin ich mal gespannt für 1,99. Konnte man nichts verkehrt machen, würde ich sagen, ne. Da ist noch eine Tür. Ey, dort jemand rin kackt. Kann man da was machen? Spülen. Nein. Licht, ah, Licht geht automatisch aus und so. Alles klar. Ich kann doch nichts nehmen bis jetzt, ne. Da bin ich mal gespannt. Oh, war das hier? Farbeimer. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss, ne. So, muss ich links rum, rechts rum? Keine Ahnung. Was ist denn hier? Ich geh jetzt mal links rum, weil ich hab da auch, weil ich hinterm Haus was gesehen, bevor ich gleich einen langen Feldweg hier rumlaufe. Bitte nicht erschrecken. Das Problem ist, ich kann doch nicht springen. Es ist keine Springtaste da. Ich alle Tasten durch. Nichts. Also, da bin ich mal gespannt, was das ist. Ist das nur ein Laufgeben oder was? Naja, da ist ja vorne ein Weg. Da laufen wir einfach mal hoch. Ja, das sind ja zwei Wege. Hier und da. Ich glaube, ich laufe mal hier den hoch. Und ich kann auch nicht, ich kann auch nicht Geschwindigkeit ändern. Das ist aber komisch. Das wundert mich alles ein bisschen jetzt. Ich kann ja gar nix mocken. Oder rennen. Zoomen wollte ich. Wo ist der denn geblieben? Aber so von der Landschaft hier und sowas, da sieht das eigentlich schon mal ganz nett aus. Wo ist das ihr Land oder so? Keine Ahnung. Da ist was. Hier, habt ihr einen Farbenfabrik ausgeraubt oder was ist hier los, Jungs? Oh, fahrt der nicht runter ein? Irgendwas muss noch hier gewesen sein, weil so viele Farbpöte da standen. Da kann ich hier oben. Donnelly reported the legend of the Hermit. Ich kann ja gar nix mocken. so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him how disappointed he must have been with their chatter perhaps now in all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers he'd find more peace they say he threw his arms wide in a valley on the south side and the cliff opened up to provide him shelter they say he died of fever 116 years later the shepherds left gifts for him at the mouth of the cave but donnelly records they never claim to have seen i have visited the cave and i have left my gifts but like them I appear to be a non-worthy subject of his solitude it's just over right now well good you have understood that I have no word understood and huh get up please I can't swim wow why you're asking me to be able to go up I can't swim Habe ich da was übersehen? Das kann auch nicht... Wo kommt dieser Leuchtturm denn her? Da war ich doch nicht drin oder? Das gibt es doch gar nicht. Wann ist da denn? Tastatur und Maustastenbelegung Bewegungsbefehle Okay. Nach links, nach rechts nach oben schwimmen. Ja ganz toll. Zoom. Machen wir wieder rechte Maustaste? Wie das ursprünglich auch war. Oder war das nicht so? Ne? Doch, wo ich angefangen habe, war das doch so ne? Man kann hier echt nichts mehr machen ne? Keinischer Watt ey. So okay, dann laufe ich... Ich kann doch nicht schnell laufen. Ich kann gar nichts. Wolltest du halt hier? Mülltüten. Ich kann doch nicht... Ich kann wirklich nicht springen. Das gibt's doch gar nicht. Da bin ich aber gespannt, was ich hier machen muss. Hat jemand einen Hammer für mich? Da kann ich die ganzen Felsen wegkloppen. Ach, hier ist auch noch ein Aufgang. Oh, da ist ein Leuchtturm. Hier kommt Musik. Musik. Musik ist immer gut. Das heißt, es passiert was. Oh ja. Ich gehe hier ein. Ja, das ist ja hier mal. Das ist ja spannend. Das ist wie Tatort. Ihr könnt ja schon mal diese Englische lesen. Das kann ich ja nicht. Ich schlafe meine Brust immer noch nicht. Meine schlafenen Arm unterstützen nicht meine schlafenen Diaries. Ihr... ...favorite Diaries. Hm. Ich brech in Kartoffelsalat. Ich kann nicht springen, ich kann nicht schlagen. Ich kann... Was soll ich denn machen? Soll ich ihn totquatschen oder was? Da fahr ich sowieso wieder runter. Dann laufe ich hier lang. Und ich komme mir so ein bisschen einsam vor. Aber es scheint eine riesige Insel zu sein. Schnell weg hier. Da kommen Nebel des Grauen. The Fog. Aber ganz schnell weg hier. Ja, rede du mal eben. Schade, dass es auf Englisch ist. Dass die Texte noch nicht mal eben schön auf Deutsch ist oder so. Ich hab eben... ...was getrunken. Ja, rede erzähl du mal. Und ich erzähl so lange hier, dass ich nicht rennen kann. Oh, da geht's höher. Oh, da geht's höher. Ich kann nicht mal irgendwie gleich ein Dorf erreichen oder irgendwas. Weil ich komm mir so ein bisschen einsam vor. Ich hab das gewusst, hab ich mir in eine Stulle eingepackt. Oder ein Butterbrot. Ich würde echt gerne schneller rennen, ne? Es wäre schade, dass der... Das geht wirklich nicht, ey. Du hast nur ein Tempomat hier. Nur ein Tempomat. Ich hab auch manchmal echt mit Sauerkraut. So ein Scheiß. Das ist auch nur ein Tempostufe hier. Ja, ja. Vielleicht falle ich hier runter. Ich sehe schon, kommt mir jemand, steht da vorne. Ein Baumgeist oder so. Ich würde mal selbst erschrecken. Die Frage ist, wo lang? Nee, da lang? Oder da lang? Keine Ahnung, wir gehen mal hier lang. Oh, da sind sogar hier, du, aus Ketten, du. Kein Stacheldraht, sondern Ketten. Weil wir sind richtig anscheinend. Ja, das ist alles schön. Und du erzählst mir auch sehr viel. Das freut mich wahnsinnig, Kollege Schweißfuß. Bitte... Sag mir, was ich machen muss. Oder wo ich hier... Oder erschreckt mich, ist egal. Aber Hauptsache, es soll was passieren. Ist ja schön, dass auch Soundklüsse mit Wind und... Und alles ist gut. Aber mach irgendwas, Kollege Schweißfuß, ey. Das Schlimme ist ja, ich kann doch nicht schnell laufen. Oh, da hinten ist was. Da ist was, was jetzt passiert. Da saß ein Schiff. Siehst du? Siehst du? Da ist ein Schiff, das ist schon mal gut. Da schwimme ich jetzt hin. Und dann kann ich mich bestimmt erschrecken. Von da an muss ich wieder da hoch, wahrscheinlich. Aber da ist Leuchtturm, da will ich auch mal hin, ne? Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, nie. So, er... Schreib mir nicht so, du Idiot, ey. Eiyo, 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 eiyo. Mein Damascus. So, ich schwimme da jetzt lang einfach mal. Zum Schiff. Da ist Leuchtturm. So kann man schwimmen, alles klar. Hey! Hey, 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 hey! Ganz schön locker bleiben, mein Freund. Ich würde da einmal hingucken. Ist das auch hell? Was ist das? Da kamen Geräusche aus diesem komischen Höhlenberg da, ne? Ja, ich glaube, jetzt wird es spannend. Jetzt kommen die ganzen... Kann ich eigentlich hier Geister sehen? Oh, ich muss mir das mal vorstellen. Ey! Ich tauche runter und auf einmal ist da wirklich so ein Missviech vor mir, ey. Ich glaube, ich wäre... Ich würde dann... Hallo? Was soll ich machen? Es geht hoch! Kollege? Ey, was? Wieso gehe ich automatisch runter? Oh, ich habe nicht... Ich habe nicht... Ich habe nicht... Ich mache doch gar nichts. Was ist denn los? Ne. Ich bin verrückt, ey. Warum gehe ich denn jetzt immer runter? Ja. Ja, ich habe es wirklich gekriegt. Mein Herz darf ich da nicht hin, oder was? Hier ist doch Stein. Was soll ich da dann noch absaufen? So, lauf da hoch. Wenn ich sterbe jetzt, ne? Dann mache ich dieses Spiel aus. So viel Kraft habe ich nicht. Kann ich da nicht zum Schiff hin? Ich kann hier auch keine Klippe hoch, oder so. Das kann doch nicht angehen. Das ist so gelobt worden, dieses Spiel auf Steam. Wieso kann ich denn auf einmal nicht schwimmen? Wieso gehe ich auf einmal runter? Ich kann machen, was ich will. Ich werde runtergezogen. Hallo? Kollege? Ich bin jetzt ein bisschen... in meinen Lateinen am Ende. Warum ich hier runtergezogen werde? Schön. Kann ich hier woanders hoch? Kann ich hier hoch? Ne. Ich kann hier nicht weiterlaufen. Ich kann auch nicht springen. Komm. Geh nicht immer unter, du Wohlklöt. Ich könnte ganz leicht schön schwimmen. Jetzt gehe ich da mal in eine Höhle rein. Muss ja irgendwas sein. Ich musste doch irgendwo hinkommen, ey. Wenn ich da weiter schwimme, gehe ich automatisch runter. Dann zieht mir irgendwas ins Wasser rein. Oder nach unten. Ja, hier ist ja... Also wissen wir richtig, sonst hätte er nicht wieder Scheiße gelabert. Da leuchtet doch irgendwas an der Wand. Aber das zeigen wir im anderen Video, ja? Ich sage schon mal, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Seid gespannt, was passiert. Ich bin auch gespannt. Jetzt geht's los. Bis morgen. In diesem Sinne, Abendierende. Tschüss. 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 Tschüss.